Wir treffen uns und sag vor meinem Gesicht irgendein Ausdruck, komm. Wenn du ein Mann bist, wir treffen uns jetzt, komm. Abu Hamza, er hat dich nicht beleidigt, sagt er. Wenn du ein Mann bist, du triffst dich jetzt mit mir. Wir kämpfen eins gegen eins, ich und du alleine, komm. Abu Hamza, ich will mit dir kämpfen, komm, wir kämpfen. Abu Hamza, Abu Hamza, reib, Bruder Mokbelak. Was redest du, Bruder? Hast du einen Schaden bekommen oder was ist los mit dir? Abu Hamza, eine Masse bete immer, ich will gegen dich kämpfen, ich will gegen dich kämpfen. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Warum nicht? Ich habe Angst vor dir. Komm und triff dich mit mir, ich komme zu deiner Wille. Ich habe Angst, man, bitte, Abu Hamza, bitte, tu mir nichts. Ich will nichts von dir, bitte. Ich fahre zu deiner Wille, ich fahre zu deiner Wille. Lakaib, Abu Hamza, kein Nachhinein zufrieden. Ich komme, ich komme. Lakaib, ich will dich treffen. Ich habe Angst vor dir. Willst du dich mit mir treffen und kämpfen? Willst du dich mit mir treffen und kämpfen? Ich habe Angst vor dir. Eins gegen eins. Ich kämpfe mit dir alleine. Okay, ich habe Angst vor dir. Willst du mit mir kämpfen? Sag ja oder nein. Nein, ich sag doch, ich habe Angst vor dir. Okay, das wollte ich schon. Hast du gekriegt, was du willst, Abu Hamza? Das wollte ich schon. Okay, was ist, mal, mal, guck mal, Abu Hamza, alle Ruhe, alle Ruhe hier. Das wollte ich schon. Ich wollte nur zeigen den Leuten, was feiner du bist. Okay, ich bin kein TikTok-Rambo, okay? Erstens. Äh, bin ich super? Dann komm und triff dich mit mir. Nein, ich mache nichts hier, Habibi. Aber, Hamza. Schick mir deine Nummer. Was hast du mit der Aslan-Tik gemacht? Ich will gegen dich kämpfen, Wallah. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Aber, die Eiste, ich will gegen dich eins gegen eins kämpfen. Aber, Hamza, alle, ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Was, aber, die Eiste, egal, wo ich dich finde in Berlin, ich werde gegen dich kämpfen. Okay, wenn du mich findest, kämpf dich. Aber, Hamza. Ich werde dich jagen. Aber, Hamza, aber, Hamza. Wenn du Allah liebst, wenn du Allah liebst, jag mich. Wenn du Allah liebst, wenn du mich siehst, Hör zu, hör zu, Abou Hamza. Wenn du, guck mal, ich sage hier vor allem, Ich werde Abou Hamza bedroht. Ich werde, wenn ich Abou Hamza sehe, ich werde mich nur verteidigen. Hier, ich werde mich nur verteidigen. Abou Hamza droht mir. Abou Hamza droht mir. LKA alle. Abou Hamza droht mir. Ich sage, weil du bist ein V-Mann. Du bist ein V-Mann. Ey. Du, Assantik. Die Polizist ein... Du, Assantik. Daran merkt man, wer LKA angerufen hat. Genau, okay, 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 gut. Ich werde mir Abou Hamza bedroht. Du, Assantik. Abou Hamza nix. Du, Assantik. Abou Hamza nix. Iiii, guck mal, wasma il-Kharouf. Guck mal, wasma il-Kharouf. Yassir, salli al-Nabi, ma laha yamil l-Kshi. Ho jay ee yamil khair ma'ra. Holak, wura ha'mat baie mafio yamil l-Shara. Lek, achui, anna ma be-Kbar. Anna ma be-Kbar a'Leik, guck mal. Esmae, esmae, dalle, leik, bache. Anna b-Far-Dig, anna b-Far-Dig. Lek, guck mal, ich erzähl dir die ganze Geschichte. Okay, okay. Ich mache, habe ich eine Stunde gemacht. Ich erzähl euch jetzt mal eine Geschichte. Er wollte gegen Aslantik. Lass ihn mal reden, Abou Hamza, lass ihn mal reden. Er wollte gegen Aslantik kämpfen, okay? Er wollte gegen alle kämpfen. Was ist passiert? Was ist passiert? Lek, ich war vor seiner Haustür. Ich habe gesagt, komm runter. Der ist nicht runtergekommen. Wer? Der ist nicht runtergekommen. Jetzt kommt er zu mir. Aber Hassan, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. King-O, wer ist nicht runtergekommen? King-O. Du bist nicht rausgekommen. Ich habe gesagt, komm, wir trinken einen Kaffee. Du hast dich nicht immer getraut, einen Kaffee zu trinken. Wie redest du, Yasalami? Wie redest du? Aif es Salami, Aib, was du machst, Bruder. Wie redest du, Yasalami? Du warst gerade noch korrekt, Yasalami. Was ist los mit dir? Guck mal, du wolltest mit uns. Guck mal, wir sind gekommen, ich und ihr Bruder. Aber warum bist du jetzt gegen mich, hier, Amaniak? Wir wollten Chair machen und du machst Bella. Warum bist du jetzt gegen mich? Weil du Bella machen willst. Du wolltest Chair machen, Bruder. Und jeder gibt seinen Weg. Jetzt kommen wir rein und du machst deine Ansage. Yamaniak, Yamaniak, warum standest du vor der Tür? Lack, mach dich, Eirik, Maniak. Sei leise, befreundet. Komm, du auch nach Berlin. Ich nehme dich auch auseinander. Wallah, ich komme. Wach, jakel, krankomm. Lack, sei leise, bevor ich jetzt... Hare, komm nicht, komm nicht, alle, allo. Wallah, ich schicke Leute zu dir nach Hause. Du brauchst nicht, wie redest du? Aber du, Hamza, es reicht, Bruder. Lack, wie redest du? Du hast keinen Gelassen, den du nicht anmokst, Bruder. Hör auf damit. Ja, komm mal zu. Du kommst bei dem Fallschland, Habibi. Ja, komm mal zu, Yamaniak. Was ist los mit dir? Rheib aleik, Wallah. Was möchtest du dich ein, ya Salame? Es Salame, moiglatma ahad. Jit, Kamal, ayrit, den Schek. Was möchtest du dich ein, jetzt? Was ist los mit dir? Du wechat Kamak, kalf. Riet mal richtig, King O. Wallah, riet mal richtig. Wach, riet mal richtig. Ich riet mal richtig. Ich riet mal richtig. Aber breite keine Lügen. Aber Faragina, wenn du dich runter machst, machst du uns mit alle runter, Habibi. Sag nicht, Lack, sag nicht, dass du vor meiner Haustür standst. Yamaniak, riet nicht so. Ich, Wallah, ich stand bei dir in der Nähe an der Haustür. Du weißt nicht mal, wo ich wohne. Was redest du da? Bist du rausgekommen? Hab ich dich nicht zwei Stunden am Telefon angebettelt, dass du runterkommst? Du hast mich angerufen, du hast mir gesagt, ich war mit einem Hodja, hab ich mich getroffen. Nein, du hast mich angerufen, du hast mich angerufen, du hast gesagt, du willst rier machen, zwischen Chemie und Aslan-Tix. Ja, und du bist nicht runtergekommen, zwei Stunden hab ich dich angebetten. Ja, aber dann formulier, dann formulier richtig, was du meinst. Die Leute verstehen dich falsch. Die Leute denken, du willst in den Kämpfen. Aber du willst scharren. Seine Akku ist leer. Besser. Besser. Ja, Sir. Anna, ich will dir keine Kopfschmerzen machen, ich wollte, dass er sich mit dir verträgt. Assalamu alaikum. Wer über was verträgt? Über was? Was ist denn passiert, dass ich mich mit ihm vertrage? Assalamu alaikum. Ich weiß nicht, was passiert ist. Weißt du, Bruna, keiner will mehr mit ihnen reingehen. Das ist das Problem. Bruder, er erzählt, dass du seine Mutter und so, ich glaube, das glaube ich nicht. Ich schwöre, bei Allah, bei Allah würde ich niemals in meinem Leben machen. Ich weiß das so. Niemals in meinem Leben. Wallah, ich weiß das so. Du wirst niemals, ich habe niemals von deinem Mund so was raus. Aber die Leute machen Fitna. Hallo. Die Leute, guck mal. Die Leute machen nicht Fitna. Er, er macht die Fitna, nicht die Leute. Er ist schizophren, Mann. Warum wird die Überbrüderung? Guck mal. Guck mal, was er mit Atlantik gemacht hat. Guck mal, was er mit ihm gemacht hat. Wallah, Wallah, Atlantik ist ein Gold, Junge. Ja, Wallah, 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 ich habe den kennengelernt. Smau, smau. Er ist krank. Seine Mutter ist krank. Er hat ihn 1100, er hat ihn verhaften lassen. Er hat ihn verhaften lassen. Er hat gegen den, gegen den, gegen den. Er hat jeden gesagt, komm, und er ist nicht einmal gekommen. Lack, ich war vor, ich war vor seinen Tüten. Hör zu, ich will mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Dieser Mensch ist geisteskrank. Wollah, Al-Azim, der ist krank. Der braucht einen Psychiater. Er muss hier raus. Er ist krank. Der Typ ist krank. Und bei Allah, bei Allah, bei Allah, bei Allah. Er ist der größte Schichter, den ich hier in meinem Leben gesehen habe. Aber Hamza, mach's gut. Geh dein Weg. Geh dein Weg. Wenn du mich siehst. Wenn du mich siehst, Abou Hamza. Komm, schlag mich. Okay? Komm, schlag mich. Aber wenn du mich siehst und nur so machst, ich werde mich nur gegen dich wehren. Nicht mehr. Okay, Abou Hamza? Ich werde mich nur gegen dich wehren. Ich brauche weder von dir, noch von anderen keine Kopfschmerzen. Wenn du mir einmal so machst, nur so, dann werde ich mich gegen dich wehren, ja, Abou Hamza, und egal wer vor dir oder neben dir ist. Jeder hat das gehört. Ich werde mich, ich werde bedroht. Ich werde mich nur wehren. Ich möchte den Stress. Ich bin reingekommen. Er hat mir gedroht. Er will mich erwischen. Wenn er mich sieht, wisst ihr Bescheid. Ich habe mich nur gewehrt. Ja, Sir, Habibi, ich war einen Tag mit der Aslantik unterwegs. Ich habe mit dem Aslantik kennengelernt und mit ihm geredet. Er ist so ein respektvoller Mensch, so ein guter Mensch. Raiffe, Allah, mahtaram. Ketir, mahtaram. Er ist 1100 Kilometer gekommen. Hör zu. Er hat die Polizei gerufen, hat gesagt, Atlantiks will ihm was machen. Die haben ihn genommen. Hör zu jetzt, hört genau zu. Ich wollte das nicht sagen, aber ich sage das, weil er so ein Mensch ist. Atlantiks ist gekommen. Die LKA hat gewartet vor dem Bus. Die haben ihn genommen, haben ihn in den Knast gelegt. Er ist zu diesem Café gegangen. Er wusste, Atlantik ist im Knast. Wo bist du, Atlantik? Wo bist du? Und er wusste, Atlantik ist im Knast. Guckt mal, was für eine Show. Heftig, Bruder. Heftig? Heim, heim. Der, Habibi, der, der, lass mal, hallo. Ich habe gesagt. Bruder, dieser Tag, ich war selber persönlich da. Dankeschön. Ibu, du weißt, dass das die Wahrheit ist. Dankeschön. Keiner hat ihn hier irgendwie bloßgestellt, aber die Wahrheit muss raus. Bruder, ich habe mit Atlantik geredet. Er fordert jeden heraus und dann ruft er die Bullen. So ist es. Bruder, soll ich dir was sagen? Erzähl mal, Tarek, was du am Telefon gesagt hast. Ich habe mit Atlantik geredet, Bruder. Ich habe gesagt, ich mache Khair vor Allah, ich vertrage mich mit ihm. Guck mal, wie viel Khair der in sich hat, der Junge. Was meinst du? Erzähl mal. Guck mal, guck mal. Der hat sehr viele Kopfschmerzen bei mir versucht zu machen. Ich war ja in Berlin beim Wochenende. Glaubst du mir, sag mal, was er gesagt hat, Kind am Telefon. Er sagt zu ihm, bitte, bitte, komm alleine, komm nicht mit anderen. Zu ihm, sagt er, weil er weiß ganz genau, ich bin neben ihm. Bitte, bitte. Ich meine es ernsthaft. Ich meine es ernsthaft. Er soll seinen Weg gehen. Ich will mit ihm nichts tun haben. Ich habe eigenen Kopfschmerzen. Aber ich sage das nochmal. Inshallah, inshallah, wenn zwei, drei Tage vergehen. Ich will niemals. Es soll nicht vergehen. Nur, dass ihr euch verträgt. Keiler soll sich vertragen. Ich will mich nicht mit ihm vertragen. Ich will mich nicht mit ihm vertragen. Weiß dann mit dir. Ich werde kein Wort mit ihm gewechseln. Äh, dreh dir nicht teil an, du. Mach nicht Feuer. Nein, mach das für Feuer, Bruder. Keine Sekunde. Ich will ihn nicht sehen. Ich will ihn nichts sehen. Aber ich sage das nochmal hier. Macht er mir so. Ich werde mich nur wehren. Damit alle Zuschauer, die hier drin sind, bezeugen das. Bruder, du sollst auch keiner reinkommen. Ich wurde bedroht. Punkt. Ich kann nur lachen. Ich habe ihm sogar gesagt, ich habe Angst vor dir. Ich will von ihm. Ich habe keine Angst vor ihm. Aber ich habe ihm das gesagt, damit er sein... Ich weiß, er hat seine Pfanne. Wallah, du hast sehr stabil gerechnet. Erstmal, was mir gefallen hat, bis heute. Du hast keine Ansage gemacht. Du hast gesagt, ich habe Angst und ich verteile mich. Das hat keiner gemacht. Verstehst du? Ich habe Angst, geh. Er will trotzdem nicht gehen. Deswegen, ich esse Kirsche, kannst du erwerben? Deswegen, ich esse Kirsche, sagt er. Ach, na Kirsche, ey. Bruder, guck mal, ihr müsst auf meine Wörter hören. Mit Hamza darf man nicht fünf Minuten... Fünf Minuten ist Ende. Soll ich euch mal was sagen? Soll ich euch mal was sagen? Ich verstehe gar nicht... Wallah, ich sage ehrlich, ich verstehe gar nicht, so welche Leute wie ihr, so welche Männer wie ihr, warum ihr mit dem live geht. Wallah, ich verstehe nicht. Wallah, billah, ich verstehe nicht. Bruder, du hast doch auch keinen gelassen, mit dem du nicht live gegangen bist. Du warst doch selber mit dem live.